Herzlich Willkommen im Old Trafford, in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Mein Name ist Vollfuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann, das gewohnte Team. Wird sie also auch am heutigen Tage wieder durch das Spiel begleiten. Manchester United gegen Michelin. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant, auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hiermit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Das Spiel kann beginnen im Old Trafford. Wir freuen uns auf die erste Spiehlälfte. Und jetzt mal Manchester United. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Das ist gut verteidigt. Gib doch mal kurz deine Prognose, Puschi. Was kann uns Cristiano Ronaldo heute zeigen? Er hat in den letzten drei Spielen dreimal getroffen. An diese Leistungen will er auch heute wieder anknüpfen. Ist ja völlig klar. Das pfeift er ab. Anspiel. Herr, lässt den Gegner stehen. Flache Hereingabe. Schön dazwischen gegangen. Sehr dribbelt stark. Da sehen wir es wieder. Ball ist unterwegs. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Viel versprechender Steilpass. Cristiano Ronaldo. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Ecke kommt's. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Wir sehen das frühe Pressing. Siehst du? Super Trick. Er kommt vorbei. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Scott McTominay. Sie versuchen es mit frühem Pressing. war ran jetzt. Da ist Pogba. Und nun Ronaldo. Bruno Fernandes. Pass auf Sancho. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Und es geht mit Abstoß weiter. Es ist eng. Die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteilen beim Ballbesitz. 0-0. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Torschancen. Ja, das ist ein guter Pass. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Bruno Fernandes. Scott McTominay. Super durchgesetzt. Manchester United greift an. Die Ecke für United. Vielleicht machen sie was draus. Das wäre natürlich die Führung. Jetzt kommt die Ecke. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Bei Cristiano Ronaldo geht heute nicht viel. Was ist da los? Der macht hier einen unkonzentrierten Eindruck. Es fehlt die Bindung zum Spiel. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Herz, Cristiano Ronaldo. Gleich bringt er die Ecke rein. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. So, Ecke kommt. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Fast der Treffer gerade. Aber da ist einer zur Stelle und rettet auf der Linie. Ball im Seitenaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Bruno Fernandes. Da ist Cristiano Ronaldo. Und jetzt mal Manchester United. Bruno Fernandes. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Sie können den Ball abfangen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt Cristiano Ronaldo. Rashford. Den spielt er wieder zurück. Spiel geht weiter. Vorteil für Man United. Paul Pogba. Der ist so zuverlässig. Paul Pogba. Chance, Tor 1-0. Das sind Dinger, die macht er einfach. Da kommen all seine Stärken zum Tragen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Erich Zviatschenko. Er bricht erst mal ab, wartet auf die Kollegen. Da ist die Balleroberung. scott mcthominay früher stören jetzt kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch verteidigt erstmal den ball besitzt die fahne ist oben abseits aber das war richtig knapp das war knapp aber richtig entschieden in meinen augen mit der führung im rücken kommt jetzt die auswechslung jayden sancho fred super dieses zu spiel und was für ein reflex und damit hält er sie erstmal weiter in diesem spiel das wäre natürlich die endgültige entscheidung gewesen ist das schon ergebnissicherung es wird jetzt eine auswechslung geben jetzt die ecke er holt sich den ball locker vom torhüter der ball war harmlos wird hier noch mal gefährlich sie wollen unbedingt den ausgleich kommt jetzt die flanke spielte mal sie können es machen die chance lebt noch der ausgleich alles wieder offen was zeigen die hier heute für ein spiel ganz großer respekt damit hat doch keiner gerechnet 1 1 wieder unentschieden der spielverlauf ist völlig offen bruno fernandes da ist pokba kurz vor ende noch mal der angriff weiter unentschieden so jetzt pokba jetzt pfeift der schiedsrichter ab unentschieden refers so wie wieder zur trainer ritt Vielen Dank.